Vor bald 30 Jahren musste eine Boeing in Kanada notlanden, weil hier der Treibstoff ausgegangen war. Ursache war ein Missverständnis beim Betanken des Flugzeugs. Die Geschichte ist bekannt und in Wikipedia auch beschrieben. Dem Piloten blieb nichts anderes übrig, als einen Sinkflug, also einen antriebslosen Sinkflug einzuleiten. Er stellte dann fest, dass er in 150 Sekunden 5000 Fuss Höhe verloren hatte und er stellte fest, dass er dabei etwa 10 Meilen weit eine Horizontaldistanz zurückgelegt hat. Das entspricht etwa einer Gleitzahl von 1 zu 12. Nun wollen wir wissen, mit welcher Kraft die umgebende Luft auf das Flugzeug eingewirkt hat und wir wollen wissen, wie gross der Luftwiderstand und der dynamische Auftrieb gewesen sind. Zudem soll berechnet werden, welche Leistung das Flugzeug dabei diszipiert hat und die Frage soll beantwortet werden, woher kam diese Energie. Einen ersten Schritt zeichnen wir die Flugbahn. Das ist eine Gerade, die ein bisschen geneigt ist. Der Neigungswinkel ist dann eben der Arcus Tangens von 1 durch etwa 12 und das gibt einen Winkel von 4,7 Grad. Das heisst, die Flugbahn ist 4,7 Grad geneigt gegen die Horizontale. Die Geschwindigkeit oder der Geschwindigkeitsvektor des Flugzeuges zeigt in Bahnrichtung, das ist ja immer so, aber die Nase des Flugzeuges muss nicht in Flugrichtung zeigen. Die Kraft der Luft, das ist die resultierende Druckkraft auf das Flugzeug, muss genauso gross sein wie die Gewichtskraft. Denn obwohl sich das Flugzeug bewegt, ist das eine Gleichgewichtssituation. Es soll ja keine Beschleunigung stattfinden. Deshalb ist also die Luftkraft gleich der Gewichtskraft und das ist Masse mal Gravitationsfeldstärke und das gibt etwa 1300 kN, also entsprechend der Gewichtskraft. Dann zeichnen wir die Kräfte ein, nämlich die Gewichtskraft als gravitativer Impulsaustausch und dann zerlegen wir die Luftkraft in einen Widerstand und einen dynamischen Auftrieb. Wobei die Zerlegung nach der Geschwindigkeit erfolgt. Oder etwas genauer gesagt, die Luftkraft wird entsprechend der Anströmung in zwei Komponenten zerlegt. Die Parallelkomponente zur Anströmung nennt man Luftwiderstand und die Normalkomponente dazu nennt man dynamischen Auftrieb. Das ist also eigentlich eine Definitionssache. Ich habe letzte Woche meine alten Berufsschulhefte gefunden im Kasten und dabei habe ich gesehen, wie wir damals solche Probleme behandelt haben. Wir haben eben die Kräfte gezeichnet, haben dem Lageplan gesagt. Und dann haben wir noch einen Kräfteplan gezeichnet und den Kräfteplan habe ich jetzt hier auch schön gezeichnet. Da zeichnet man mal die Gewichtskraft, dann überträgt man die Richtung der Auftriebskraft und überträgt die Richtung des Luftwiderstands in diesen Kräfteplan. Wobei man dann einen Maßstab wählt, also zum Beispiel die Gewichtskraft entspricht so und so vielen Millimeter. Und dann kann man aus diesem rechtwinkligen Dreieck sofort die anderen Komponenten herauslesen. Nun, an einer Fachhochschule versteht man ein bisschen mehr von Trigonometrie. Deshalb kann man sagen, der Auftrieb ist der Luftwiderstand mal Cosinus von diesen 4,7 Grad. Das kann man hier direkt herauslesen, denn der Neigungswinkel erscheint ja auch im Kräfteplan. Und das gibt dann 1291 Kilo Newton. Der Luftwiderstand ist dann die andere Komponente, da nimmt man den Sinus und bekommt dann 106 Kilo Newton. Nun berechnen wir schnell die Geschwindigkeit des Flugzeuges. Die Geschwindigkeit ist Horizontalgeschwindigkeit im Quadrat plus Vertikalgeschwindigkeit im Quadrat und dann Wurzel drauf, das ist also der Pythagoras. Das gibt 124 Meter pro Sekunde. Und dann können wir die Leistung des Luftwiderstandes rechnen, nämlich Luftwiderstand skalar multipliziert mit dem Geschwindigkeitsvektor. Weil die beiden Vektoren gegeneinander gerichtet sind, gibt das hier ein Minuszeichen. Und das Produkt der beiden Beträge gibt dann 13,1 Megawatt. Also 13,1 Megawatt sind während dieses Sinkfluges andauernd diszipliert worden. Woher kommt die Energie? Die Energie kommt natürlich vom Gravitationsfeld. Wenn man jetzt die Leistung der Gravitationskraft rechnet, hat man das Skalarprodukt von Gewichtskraft mal Geschwindigkeit oder Gewichtskraft mal Sinkgeschwindigkeit. Und wenn man das einsetzt, bekommt man dann einfach plus 13,1 Megawatt. Und das ist natürlich genau minus die Leistung des Widerstandes. Wir können also sagen, es findet ein Impulsdurchsatz statt. Das heisst, das Flugzeug ist im Gleichgewicht, also unbeschleunigt. Aber gleichzeitig findet auch ein Energiedurchsatz statt. Das heisst, es kommt dauernd Energie aus dem Gravitationsfeld, entsprechend der Leistung der Gewichtskraft, und geht dann an die Luft weg und wird dort diszipliert, entsprechend der Leistung des Luftwiderstandes.